Ich hoffe, dass ich auf eure Hilfe hoffe. Falk sagte mir, was ihr in der Wolfsschädelhöhle für uns getan habt. Er sagt, wir könnten euch vertrauen. Ihr wisst vielleicht, dass die Verehrung von Talos im Kaiserreich geächtet ist. Als wir meinen Mann bestattet haben, haben wir allen Göttern Opfer gebracht, außer Talos. Ich möchte, dass ihr etwas aus seinem Besitz an einem Schrein von Talos niederlegt. Ein Kriegshorn, das er von seinem Vater geerbt hat. Redet ihr zu Talos? Nein, aber Torek, mein Mann, würde sich eine ordentliche Bestattung wünschen. Und das ist die Art und Weise, wie die Nord- und Himmelsrand bestattet werden. Ja, mache ich. Danke. Das würde mir viel bedeuten. Okay. Das Horn. Bring das Horn von... Was? Da habe ich mir das Wort gemacht. Dann schreit es ein. Da habe ich... Horn von... Aus dem Graben beschaffen. Leider fand ich das ja nicht schon eine Nachricht. Achso, schon gut. Nein, ähm... Nein. Was war mit Talos jetzt? Bring das da. Okay. Das ist nur unser Nebenquest. Was soll's. Der Schrein von Talon? Den habe ich noch gar nicht gefunden. Okay. Und ich bin da oben. Ja, dann kriege ich noch nicht mein eigenes Haus. Dann muss ich sowieso da hin. Damn it! Ich kann nichts weg... Ich kann nichts wegtun. Erstmal irgendwo... Sicher verstauen. Das ist jetzt ja blöd. Ich könnte natürlich erst mal zu... Weißlauf gehen. Spictoluriosliore. Und... Aber ansonsten brauche ich da nichts. Mich nervt das gerade mit dem Pfeil und sowas. Und ich muss hier sowieso... Achso, zu den Anführer. Ja, das sind so Nebenteile, die ich nicht brauche. Was ist das? Triff Silas beim Schrein von Meruns Dagon. What? Warum? Das können wir noch gleich machen. Aber, ähm... Dann gucken wir mal. Dankeschön. Beeilt euch. Ich habe wenig Geduld für banale Belange. Hallo. Du hast mich gerade voll gelobt und so. Meine Hilfe und alles. Wieso soll ich meine Maus jetzt plötzlich... Okay. Dann gehen wir nämlich noch schnell da hin. Ihr habt doch die Schluchtweierhexen erledigt, nicht wahr? Ja. Wie kann ich euch helfen, Gefährte? Yay. Habt mich lieb. So. Aber eigentlich wollte ich nach links. Aber wenn wir da sowieso hin müssen... Dann könnten wir jetzt auch zum Schrein von Meruns Dagon... Hä? Triff Silas. Was war das denn nochmal? Ich habe abgespeichert. Wir probieren es einfach mal. Ox kann in den Kampfrausch verfallen. Verstehen sie für kurze Zeit doppelten Schaden verursachen. Gleichzeitig nur halben Schaden erleiden. Kühl. Das macht keinen Sinn. Aber kühl. Gut. Ihr seid hier. Ich lege die Teile auf den Altar. Dann wird Dagon mit uns reden. Okay. Ich weiß nicht mehr, was es ging. Merunest Dagon, Fürst des Wandels. Wir haben euch eure Klingeln gebracht. Wir bitten euch, bringt ihre Pracht und Herrlichkeit erneut nach Tamriel. Es funktioniert nicht. Was? Was ist das? Was geht hier gerade ab? Oh. Mann, Eis, Troll, du hast gerade alles kaputt gemacht. Okay. Wir haben... Ich hänge fest. Rede mit Meruns Dagon. Oh. Moin. Ihr seid würdig, dass ich zu euch spreche. Oh yeah. Ihr habt die Stöcke meiner Klinge für euch in Anspruch genommen. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, dass ich das gewonnen habe. Es war amüsant, dieses Spiel zu beobachten. Serana ist so cool. Aber Dagon ruft keinen Sieger aus. während noch eine Schachfigur im Spiel ist. Tötet Silus. Er und seine Familie haben ihren Zweck erfüllt. Er hat mir geholfen, die Stücke zu finden. Er ist verdientes zu leben. Nur Dagon kann entscheiden, ob es sich lohnt, eine bloße Schachfigur zu behalten. Bitch, please. Ich habe gesprochen. Tötet ihn. Nehmt eure rechtmäßige Stellung als mein Schöpfe ein. Oder ich werde euch zermalmen. Du bist scheiße. Gut. Ich werde nicht ohne Kampf sterben. Woher seid ihr... Nein. 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 Okay, er ist tot. Und er fällt. Ich hänge immer manchmal fest mit euch. Echt. Ich mag euch ja, ne? Aber... Ich hänge ja immer fest. Was ist denn das? Bin ich zu dumm, einmal die Füße zu heben, oder was? Ich bin erfreut, Sterblicher. Ich nicht. Ich gebe euch meine Klinge. Benutzt sie... Das war so fies. Um Zerstörung über Tambien zu verbringen. Die meisten Götter sind Arschlöcher. Ich will... Ich werde die Klinge ganz nach Belieben einsetzen, Drache. Erspart mir euren jämmerlichen Stolz. Ihr seid nur ein Werkzeug meiner Ambitionen. Sterbliche Kreatur. Bitch. Vergesst das niemals. Legt eure Hände ein letztes Mal auf meinen Altar. Dann werdet ihr die Macht von Merunis Dagon selbst erfahren. Stimmt, es ist einfach nur Scheiße, was du da hast. Schmiedet die neu. Okay. Woa. Woa, cool. Woa. Woa. Oh mein Gott. Na, wartet. Äh. Schrei. Entwaffnen. Naja. Eisform. Hier ist... Sanus! Ah, da hat er richtig was gebracht. Meinst du denn, was ihr könnt? Tremora Valinas. Tremora Valinas. What the fuck? Das soll ein... Das war ein Gott-Drache? Was... Was ist das für ein Arschloch? Wow. Okay. Ähm... Diedraherz. Sehr gut. Meruns Schrein-Schlüssel und Inferno. Und du hattest die Axt. Ah, die ist scheiße. Sind beide Schlüssel lieber mal. Das war jetzt alles nicht so geplant. Äh. Das tut mir voll leid, auch für den anderen. Ähm... Okay, wir gucken mal. Wir haben immer noch diese... Diese großen Sachen, die ich nicht brauche. Kavo sei Zahn. Warum hab ich das? Wir haben Merunes Klinge. Treffer können das Ziel mit geringer Wahrscheinlichkeit töten. Mit geringer Wahrscheinlichkeit. Ja... Bitch. Bitch! Bist du das... Bist du der Typ, den ich gerade... Na dann, komm, wir gucken mal, was der andere hatte noch. Ach, schnell das. Fett noch. Oh, jetzt ist der so tief gefallen. Oh. War ich mein Pferd? Achso, ja, das war ja das. Dabei. Warte. Hi. Ah, bist du zu ihm hin? Silius hat er. Robe. Handschuhe. Ah, jetzt schon wieder... Das sind coole Sachen. Schleichen. Ringe schleichen sind hier mit. Und die Robe brauche ich nicht wirklich. Ist ja gut, Pferd. Er ist tot. Das tut mir auch leid. Leute, wollen wir da mal reingehen? Komm, wir gucken mal. Vielleicht mache ich das nochmal, Leute. Das war jetzt auch nicht so schwer. Auch nicht gut von mir. Ich habe wohl daneben... Gee-gee-geeist. Äh... Mir tat das bloß so leid. Hm. Da. Silos ist tot. Mirunes klingt gemein. Da, mal gucken. Sprich mit Silos. Bring den Knauf in deinen Besitz. Bring die Bruchstücke. Ja, das haben wir alles gemacht. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Gucken wir mal hier rein. Und gucken... ...was wir hier aufgeschlossen haben. Oh. Oh. Siehst du mich? Mein Herausforderer ist in der Nähe. Einmal im Kopf. Einmal... Oh mein Gott. Instant Death wieder. Mein Gott, seid ihr Loser. Hahaha. Ihr seid so schlecht. Eine Herausforderung. Aber... ...sofort tot. Okay. Hm. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, warum er hier... ...Goldbarren. Cool. Alles mitnehmen. Okay. Ist der Drache... Ist der Drache oder der... ...der Gott jetzt nicht sauer auf mich? Ich mein... Ach. Die Maus nervt. Ich muss unbedingt... Ist der nicht sauer auf mich? Wenn ich ihm alles wegnehme? Ektoplasna brauche ich. Das ist sehr gut. Eine leere Schatulle. Habe ich auch leider. Man weiß nicht, warum man sowas behält. Elfenhelm der Magika. Nehmen wir mal mit. Mondstein nehmen wir mit. Äh. Ne. Das wollte ich noch benutzen hier. Weil... Ich habe vergessen. Man muss diese Magiebücher... Zauberbücher... Die sollen wir noch benutzen, oder? Aber das habe ich glaube ich alles. Habe ich schon. Habe ich schon. Habe ich schon. Wow. Ich habe Blitzmantel gelernt. Geil. Neu Magie für später und so. Umstehende Ziele erleiden. Ah, das kann ich nur machen, wenn ich alleine rumlaufe. Eine Riesentruhe. Ah, jetzt kommen wir als letztes. Zwergenhelm der Illusion. Stärke. Barren. Was ist das? Verzeichnis der Rüstung Verzauberung. Okay, nehme ich mit. Auch wenn es nicht geleuchtet hat, ich weiß. Was haben wir hier noch? Schwarzer Seelenstein. Das ist viel wert. Wieder eine leere Schatulle. Was zeigt ihr denn? Kleine Truhe mit Geld. Ich brauche Ektoplasma für mein Schwert, ey. Oder einfach mal ein besseres Schwert. Dass ich mir endlich mal ein besseres Schwert mache. Aber ich mag mein leichtes, durchdringendes Schwert. Weil viele einfach eine Rüstung haben, wisst ihr? Na, geht es dir? Ah, oh. Ich bin noch am Schleichen, deshalb. Und was haben wir hier? Wir haben Gold. Wir haben Stärke. Talos. Eine Ebenerzrüstung. Dann bin ich aber zu schwer. Das heißt, ich werde sie nicht mitnehmen. Weil ich das Geld eh nicht brauche. Ich habe eine Viertel Million. Kein... Oder sowas. Schade. Was habt ihr hier drin gemacht? Stand er die ganze Zeit rum? Oh, guck mal. Pixel-Spiel versteckt. Ding, 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 ding. Äh, nee. Das war jetzt ein bisschen schlecht. Das war jetzt eher asiatisch. Ah, okay. Ah, okay. Freut sich der Nächste, der hier reinkommt. Bitte für die Ebenerzrüstung. Ah. Seltsam. Seltsam, seltsam. Ist der jetzt sauer auf mich? Hallo? Dein Schwert sagt. Oder dein Dolch. Ich meine, ich könnte auch den Dolch benutzen. Das ist gut beim Schleichen. Oh, du bist so cool, wenn du so stehst. Okay. Äh, dann gehen wir jetzt weiter. Da müssen wir hin. Aber wir können auch töten einfach und verlagern. Nee, das ist wieder so eine Fetch-Quest. Dann. Dawnstar. Dawnstar. Habe ich da ein Haus? Shit. Pale. Kaiserliches Militärlager. Dann muss ich da hin, um... Um irgendwas zu machen. Wollte ich jetzt mal den Kaiser... Ich glaube, ich wollte mal den Kaiser mitmachen, oder? Weil ich fand diesen anderen so kacke. Diesen, ähm... Einen anderen Typen. Da, wo dieser Serienmörder rumgelaufen ist. Die fand ich scheiße. Ich könnte ein Mordteil verkaufen. Da bin ich relativ nah dran. Aber ich weiß nicht, wie viel die hatten. Warte mal, ich muss ganz kurz gucken. Auf die Zeit. Ja, ein bisschen kann ich noch. So, dann... Ich weiß es nicht, Leute. Ich will ja, aber ich muss halt... Loswerden. Konnte ich hin... Und mich nervt diese Maus. Äh... Ich... Wir gehen einfach mal nach Mordteil. Die Armbrüste feuer einen tödlichen ersten Schuss. Abladen die doch sehr langsam nach. Joa, nö. Muss noch nicht sein. Stimmt ja. Da hab ich auch noch diese... Äh, doch. Na, so. Dann wollen wir mal. Haben wir hier nicht ein Haus? Ich glaube nicht. Die verdammte Sturmmantel-Rebellen. Ja, ich glaube, die Sturmmantel fand ich scheiße. Oder mochte ich die Sturmmantel? Ich weiß es nicht mehr. Auf welcher Seite war ich nochmal? Ich hab's vergessen. Das ist echt peinlich. So, hier will ich ein Haus. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Ah, okay. Tane. Bis zum nächsten Mal. Hab ich schon ein Haus? Ja. Komm. Hallo, wach mal auf. Ist euch nicht kalt? Hm. Ich dachte schon, siehe ist mir kalt. Ja, bitte. Ja? Dann hättest du auch liegen bleiben können. Sonst werdet ihr es bitterbereit. Ich bin euer Tane. Wie er da sitzt. Da. Ah. Ich möchte gern ein Haus kaufen. Ja. Wenn ihr interessiert seid, könnte ich euch ein Stück Land verkaufen, auf dem ihr ein eigenes Haus bauen könnt. Ich nehme es. Ausgezeichnet. Wir freuen uns, euch als Landbesitzer in Jalmarsch willkommen zu heißen. Jalmarsch. Das ist eure Besitzurkunde. Wenn es euch nichts ausmacht, euch die Füße nass zu machen, solltet ihr nach Norden an der Mühle vorbeigehen. Das eine oder andere seltsame Grab auf dem Weg sollte euch nicht stören. Das Land liegt an der Küste, auf der anderen Seite des Kart-Deltas von Einsamkeit. Eine bezaubernde Gegend. Ihr werdet es sehen. Okay. Also gut. Yay. Ich versuche nach Möglichkeit zu verhindern, dass Igrods Zeit verschwendet wird. Sie soll sich nur um wirklich wichtige Dinge kümmern. Ja, ja. So. Im Norden. Da, wo ich entführt wurde. Da. Das ist aber weit weg. Äh. Aber mein eigenes Haus. Ich. Kann ich den anderen Tal nicht einfach da jetzt hinschicken? Dass er sich um alles kümmert? Oder musste ich ihn mitnehmen dafür? Ich gehe nochmal rein und frage. Hey du. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Ihr seid mein Tane. Ab der Jahre. Der Titel des Tane ist eine Ehre. Folgt mir. Sieht aus, als hättet ihr schon jemanden. Es geht ja nicht, dass ich mehrere. Du bist doch was ganz anderes. Du bist mein, du bist mein, du bist mein, du wirst mein Typ hier für mein Haus. Nichts anderes. Kacho ist doch was ganz anderes. Das sind meine Freunde. Du bist nur mein Bediensteter. Ist das mein Haus? Nein. Wo ist denn mein Haus? Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Und... Okay. Okay. Das wird immer, immer größer. Und... Haus Windstadt entdeckt. Hier will ich nicht leben. Okay. Das ist hübsch. Okay. 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 Das ist schon geil. Hübsch. Aber... Trotzdem will ich hier nicht leben. Ähm... Die anderen kommen bestimmt gleich. Ich hab 103 Holzhaufen. Und meine Truhe hat auch ein paar Sachen. Gut. Sonstiges Baumaterial. Ich kann nichts wirklich machen. Äh... Ich will eigentlich nur... Einen... Einsteiger... Eigentlich will ich nur... Gut. Ich muss den... Ich muss den Anfang machen. Benutze den Zeigentisch, um dir ein neues Haus zu entwerfen. Äh... Okay. Ein kleines Haus. Ich kann ja nichts anderes machen. Benutze die Zimmer... Äh... Zimmerer Wertbank, um das Fundament zu bauen. Das hab ich alles schon gemacht eigentlich. Also... Haus... Fundament. Dafür brauch ich die ganzen Sachen, die hier schon drin liegen. Das ist aber nett von denen. Ja, ja. Alles. Hätte ich nicht einfach alles drücken können? Ja. Ach so, halt so. Fundament. Nutzel... Äh... Was soll man denn bei uns bauen? Okay. Jetzt brauch ich Nägel. Nägel. Äh... Ich bin... Ich bin zu... Ich bin... Zu... Zu viel... Ich hab zu viel... Einmal 10 Nägel, bitte. Dann gucken wir uns mal um. Ja, geht gleich los. Kennen wir ja schon, ne? Kennen wir ja schon. Ach... Es ist so schwer. Es ist so schwer. So. Rahmen. Ich brauch noch mehr Nägel. Kannst du bitte mal gehen? Braucht ihr etwas? Ja. Ich musste dich kurz ablenken. Äh... Guck mal da hinten. Okay. Nägel. Ich mach mal... Scharniere. Ich mach ein Schloss. Und ich mach Beschläge. So. Ich weiß nicht. So. Serana. Alles wird gut. Wände bauen. Mochte ich alles alleine machen hier. Dachrahmen. Fußboden. Noch mehr Nägel. Also doch. Ach, ich kann nicht rennen. Ich weiß. Ich weiß. Das ist ja... Gleich ist unser kleines Häuschen fertig. Oh, es wird so schön. Nicht wirklich. Ich will hier nicht wohnen. Und die Tür. Einen kleinen Garten mit Holz. Ja. Ein Tiergehege. Erfordert Holz. Ein Holz nur? Ah, ansonsten brauchen wir Nägel. Gut. Das haben wir jetzt nicht. Ein Fischaufzuchtbecken. Was? Wie geil. Eine Schmelzhütte wär gut. Können wir aber nicht. Aber... Wir haben unser Haus. Yay. Komm. Ja, nee. Helft mir bloß nicht. Danke. So. Sonstiges. Ein Haupttraum ranmachen. Oder die Werk... Ja, ein Haupt... Ähm... Ja, noch nicht. Erstmal haben wir das Kleine. Yippie. Ich laufe... Hin, äh... Hin. Oh. Oh. Ich laufe immer noch cool. Düm, düm, dünn, 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 dünn. Wieso sieht man mein Schwert eigentlich? Ich brauche ein Tarnen. Das ist jetzt blöd. Aber ich habe meine eigene Rüst... Äh, eigene... Ne, hier, ihr wisst schon. Oh. Puh. Angekommen. Oh, ein Glück. Gut. Ähm... Machen wir danach noch was? Ich gucke kurz auf die Uhr. Nein. Äh, das heißt, ich werde alles wegräumen. Ähm, und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Und... Ich fühle mich total unwohl. Allein... Also, ich wäre alleine total... Hätte ich voll Angst. Aber ich bin hier mit zwei Freunden. Und das freut mich. Und, äh, ansonsten würde ich mich hier so... Weit außen. Irgendwo beim Sumpf. Im Dunkeln. So. Aber wir haben es geschafft. Yay. Und jetzt... Das Ordnen wird eine Bitch später irgendwann. Wenn ich dann irgendwie... Irgendwann das mache. Äh, aber Hauptsache man hat Spaß. Warte. Das widerspricht sich. Aber okay. Bis zum nächsten Mal bei Skyrim. Ich freue mich. Tschüss.